willkommen zurück zu einer neuen folge von shadow warrior wir haben jetzt mal die drei hallo ich glaube wir haben besuch die drei staat und zerstört dass wir jetzt weiter können naja da ist ein wenig party wie mir scheint können theoretisch können wir einfach mal hier reinholzen oder ja bis man es abkriegen aber passt also ich muss sagen wie gesagt die mps echt die leistet gute gute dienste schön schnell macht auch anständig schaden da kann man nicht meckern so ich glaube wir haben hier mehr oder weniger alles mitgenommen was es da noch mitzunehmen gab hier war ja auch nichts mehr dann geht es mal weiter nach oben ja komm leben wir gerade mit da ist noch eine kiste die übersehen habe wie frech und ein gegner gut nächster abschnitt mal gucken ob hier wieder irgendwas großes jetzt auf uns wartet oder ob es das erst mal gewesen ist sieht noch relativ ruhig aus jetzt nicht mehr so die herren das wären die soweit ich höre ja aber also ach da kommen noch eine ganze menge ok ja komm zerlegen wir die so einfach mal ich glaube da belebt wieder irgendeiner wieder wenn ich das richtig sehe müsste ich mal gucken wo der ist der herr na wer belebt hier wer ist beliebend hier mal nicht gut jetzt können wir hier weiter das freut mich trotzdem mal wieder auf die mp schön dass die beiden sich so mögen ich glaube hier kommen wir erst mal nicht so einfach rein da blinkt noch was rum und ja genau 1000 brauchen wir noch für den also jetzt noch 1000 für den fürs letzte upgrade hier immer gespannt was das ist vielleicht ein granatenwerfer oder so keine ahnung haben wir denn hier vielleicht ein bisschen was an licht da liegt noch geld rum dann kommen die mit sonst haben wir hier aber nix erst mal hier gucken gibt es denn hier noch irgendwas schönes das sieht doch verdächtig aus ne ok ich glaube ich das ist der erste kristall der nicht so offensichtlich war also wahrscheinlich gab es vorher schon welche nur ich habe es halt nicht gefunden gut setzen wir dann auch direkt mal ein so bis zu 80% aber da brauchen wir den frischen tau erstmal okay dachte das hätte ich schon ja gut dann sieht man wie wenig ich hier in das heilen gesteckt habe am anfang apropos ach ne jetzt will er nicht mehr gut ich schätze mal da rein wir haben wieder einen beschwörer und ne menge viecher vielleicht können wir den ja schon mal ausschalten ach komm wir zerlegen einfach mal alle okay da kriegen wir da ordentlich die fresse grad vielleicht ein bisschen zu lange gewartet dahinten okay ja ja dann geht so gibt es hier noch ein bisschen auf die fresse das läuft doch wunderbar stimmt die armbrüste habe ich länger nicht mehr benutzt so dann bitte heilen und ballern gut der weg eine sorge weniger noch mal da unten wäre sogar noch was na zu spät verdammt bitte mal aufhören damit bleib doch mal stehen wäre einfacher danke für uns alle schön wir haben sie zerlegt freut mich wir haben kamer punkte nicht mehr so viel money und die wir glaube ich dann auch gleich mal wieder ganz gut jetzt aber erstmal kamer punkte genau wollte ich ein wissen reinpacken dann gehen wir doch mal auf kopfjäger 2 und dann machen wir den göttertöter danach so nehme ich meinen bolzen wieder mit den auch nichts verschenken hier speichern das ganze und dann gucken wir mal da oben weiter gut hier in der ecke haben wir nix auf der anderen seite wahrscheinlich auch nicht ja ich sehe es kommt dass wir vielleicht jetzt ein bisschen munitionsknappheit haben wenn ich mir das mal so anschaue dann sie wisk in place of a heart she has a memory engraved in her that's fucked up actually it's quite clever no creature from the shadow Okay, ob das so einfach geht? Here we go. Okay. Easy. Easy now. Finally. Sollen wir dich jetzt zerlegen oder was? I thought the ancients were eternal, that I like you was beyond change. But then I saw you for the first time. And you looked for pity in my eyes. To my amazement, you almost found it. That memory has haunted me ever since. Still, your crying eyes nourished the realm with rain. Until Zing climbed to your temple. Chalice in hand. Forgive me, sister. I did not foresee his treachery. Thanks to his poison cup. I saw you a second time. Though not the way I would have liked. Zing's poison took you away. And with you, the rain. I took his head for it. Followed my orders. But I believed them just. Still, you slept. And the rain withered in morning. I thought that I was beyond change. But now, I sacrificed my memories of you. Allow a seal of blood to steal your damage from my heart. And forget you, my old believer. So, Level abgeschlossen. Hm, this time we found nearly a half of the secrets. I think that's the first time. Only 50% of the money. But at least all the crystals. That's not a very beautiful thing. The one thing. After that. Let's go. Chapter 6. Trautes Heim. Chapter 6. Chapter 6. Oh Where the hell are we is this holy crap is this Sweet home Looking so sweet right about now though. How did we get here? I guess is we destroy that whisper the memory suck us through but what the hell happened to this place like everything just Crumble something is wrong was something right for a second. Did I miss it? Whatever happened you got yourself back home, but I'm not staying here. I didn't plan this Understand you're confused. I could give a shit how it happened. How do I get home? There's something I should tell you There are three swords that go by the name Each said to carry a piece of the legendary weapon. A piece? So what it doesn't work on its own Now I get its full energy killer capacity Ah, wonderful Gut das heißt wir müssen noch zwei andere stücke suchen. Naja Schön, dass das jetzt gerade erzählt wurde. Hat ein bisschen was von doom hier Aber sieht schön aus. Also atmosphärisch gestaltet meine ich Ja, doch. Hat was Da noch ein bisschen Rauch und Zeug Das Ding glüht noch vor sich hin. Können wir eigentlich theoretisch jetzt Upgrades machen? Ja, genau Nicht verfügbar. Okay, das geht aber automatisch Wie mir scheint Okay Oh Ich glaube da hat jemand was vergessen Hat was von dem Dark Souls Bosskampf Hm Na Ja Okay, ganz klassisch Nicht brennen Nicht brennen Ah, fuck Ich glaube jetzt ist ein wenig unpraktisch Äh, dass die Munili ist Aua, aua, aua Aua, aua Ich heile mich mal kurz Danke Na komm, kriegen wir das Ding glatt Nicht ganz Nicht ganz Ich glaube wir müssen ja doch wieder die schweren Geschütze auffahren Das ist halt echt unpraktisch, dass ich jetzt so wenig Muni habe So So, nochmal heilen Nein, 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 nein Böse, 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 nicht die Ziege braten Ich könnte ja jetzt halt schon mal ballern Uiuiuiuiui Uiuiuiuiuiuiui So erstmal hochheilen Ich habe echt die Befürchtung, dass mir gleich die Muni ausgeht Ja, ja, nachladen. Feuer frei. Na komm. Na, schade. Nicht ganz. Dann heilen wir uns nochmal. Wäre unschön jetzt zu sterben. Ich weiß auch nicht, ob man hier irgendwie noch Leben kriegen kann oder so. Mist. So. Äh, vor allem Muni. Wäre, glaube ich, sinnvoller hier. Ah, okay. Jetzt haben wir zumindest schon mal... Ja, kommt Kutsch hin. Lad nach. Will er nicht? Okay. Laden wir nochmal eine Runde. Echtes Gefühl, dass der hier ein bisschen kuschelbedürftig ist, der Kollege. Na, komm, lad nochmal nach. Danke. Kriegen wir den Blatt? Yep. So. Einer noch. Na klar, den Laserstrahl kann er noch machen. So. Ähm, ich habe keine Muni mehr. Ach, da liegt Muni rum. Gut. Äh, hätte ich vielleicht früher mal drauf achten sollen. Dann sammle ich die jetzt erst mal ein. Haben wir jetzt Zeit. Aua. Aua, Aua, Aua. Nicht rösten. Ah, gut, da geht's auch weg, die Muni. So. Freundchen. Nimm das. Scheiße, ich muss mich heilen. Heizen wir da nochmal drauf. Gut. Läuft. Noch laden. Heilen. Nochmal heilen. So, das dürfte reichen, oder? Yep. Okay, schön reinballern. Nicht ganz gereicht. So, Revolverkugel ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ah. Leben. Gibt's hier auch. Nett. So, dann gib mir mal wieder ein bisschen Nachschub. In der Zeit verziehe ich mich nochmal. Das ist mir zu viel. Okay, wir können wieder. Gut, einmal noch, dann haben wir ihn. Wie gesagt, etwas längere Folge, aber mitten im Bosskampf zu schneiden oder die Folge zu beenden, ist ja auch nicht so das Wahre. Was? Ja? Du warst! Julius, du gehst für 200 Jahre. Du denkst, dass du ein bisschen... Hey, O.G. Ich warst auf die Erde wie ein Gehirn zu Hause. Was willst du mit mir? Ich will wissen, wie ein Moron wie du hast, einen Whisperer. Ich habe nicht. Ich habe nur meine Erinnern gelegt. Du bist immer noch schrecklich. Ja, Herr. Nein, Herr. Drei Schmerzen. Figuren. Wer ist Enra? Ruler der Angelegenheit. Der Schmerz, der wurde verabschiedet. Du kannst ihn nicht, O.G. Und auch dieser kleinen Moron. Du sagst, den kleinen Moron, der gerade gelegt hat? Er hat auch gelegt, um deinen Whisperer zu töten. Vielleicht. Aber du findest nicht die anderen. Die anderen? Die Whisperer? Oh, nein. Na gut, ich werde mich zu sterben. Enra versucht, die Nobitsurikage zu sammeln. Aber warum? Er hat mir nicht gesagt. Natürlich hat er nicht gesagt. Schau mal, was passiert, wenn du versuchen, zu behalten. Aber ich habe eine Chance, dass du wissen, wo die anderen Whisperern sind. Du kannst mich nicht sagen. Ich muss nicht sagen. Ich muss nur sagen. Ich sage nur, ich... Was? Nein! 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 Ist er tot? Hast du schon gehört? Er ist ein Geist. Without die Nobitsurikage, diese Leute können nicht getötet werden. Aber ich habe genug Chi aus, um ihn zu machen, um ein Portal zurückzuziehen. Endlich. Ich habe nur genug Chi für einen Passag. Du wirst mich nicht hier verlassen. Oh, es wird uns beide befinden. Nur nicht wunderschön, wenn ich ihn öffne. Zeit, nach dem nächsten Whisperer zu gehen. Warte! Was? Das ist, wo dieses Portal liegt. Aber du kannst immer hier bleiben. Der Offer ist in 3... 2... So, das lief doch mal schön. Gut. Das wäre abgeschlossen. Dann können wir hier aber jetzt mal einen Folgenstopp machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und... Ciao, ciao!